Ein Toilettenwaschraum mit Waschbecken, Spiegel und einer jungen Frau, die sich schminkt. Aber der Spiegel ist kein Spiegel, sondern eine Glasscheibe. Hinter der Glasscheibe gibt's den gleichen Waschraum nochmal, Spiegel verkehrt natürlich. Und die junge Dame, die Sie hier sehen, das ist nicht eine junge Dame, sondern ein Zwillingspaar. Mit einer Schwester hinter der Scheibe und einer davor. Das ist ja seltsam. Sehen Sie mich im Spiegel? Also ich kann Sie sehen. Ich Sie auch, aber... Das ist ja krug. Sie selber sehen Sie aber nicht. Doch. Aber ich sehe mich da nicht. Wohl zu viel ablässig. Jetzt sehen Sie mal da hin und gucken Sie. Ich gucke mal da. Ich sehe Sie aber nicht mehr. Und jetzt sehe ich nur Sie und ich nicht. Also ich kann Sie sehen. Ja, ich sehe auch. Jetzt möchte ich jetzt wissen, was das ist. Ich sehe hier auch das. Achso, die Hand ist nicht gesehen. Die ist nur von vorne. Das ist... Ich sehe nicht. Ich bin nicht mehr. Aber Sie... Ja, was ist das denn? Was ist das, was man für einen Drunsch ist hier oben? Ja, tatsächlich, Sie müssen sich sehen, wenn Sie das sehen, ja, das ist gut. Wenn Sie plötzlich unsichtbar haben, was ist los? Entschuldigen Sie, wie spät ist das? Ich bin nach vier. Danke. Bitte. Haben Sie ein Problem? Was ist denn das mit einem Spieß? Also, ich kann Sie sehen. Ich mich nicht. Jetzt kann ich auch nichts dafür haben. Das ist ja eindeutig. Ich? Nee, Sie auch nicht. Entschuldigen Sie, wie spät ist das? Ich bin ohne, ich fühle mich nur. Spricht das kaputt. Gegen vier. Kurz nach vier. Danke. Spiegel nicht verarschen. Haben Sie ein Problem? Ich sehe mich im Spiegel nicht. Kann ich auch nicht, das wird sogar. Natürlich leicht. Tolle Anmache, wirklich. Natürlich leicht. Entschuldigung. Sehen Sie mich im Spiegel? Ja. Ich sehe mich da nicht. Ganz einfach. Das ist keine Ahnung. Wahrscheinlich sind Sie ein Vampir. Nicht. Sonst muss ich hier nicht zu tun. Was ist das mit dem Spiegel? Die kann man sehen und ich kann man nicht sehen. Darf ich mich mal bei jedem dahin stellen? Das ist ja merkwürdig, ne? Das ist ja merkwürdig, ne? Sie sieht man und ich sieht man nicht. Das habe ich aber noch nicht erlebt. Das ist ein Ding. Ich bin unsichtbar. Auch nicht schlecht. Können Sie sich sehen? Nee. Sie können mich sehen? Ja. Ich sehe mich nicht. Jetzt sind Sie wieder weg. Ich würde direkt mal gucken, wenn jemand anders reinkommt, ob das auch so ist. Jetzt sehe ich Sie wieder. Ja. Das ist ein Ding, ne? Ich komme vor allem an den Stern, glaube ich. Das ist mir zwar noch nicht bewusst, aber irgendwas stimmt da nicht. Das fass ich nicht. Nehmen Sie noch mal die Brille runter. Die da nicht? Jetzt ziehe ich mir noch den Mantel. Ja. 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 Das habe ich noch nicht erlebt. Ja. 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 Kommt die nochmal zurück? Das ist doch... Das ist... Das ist... Das ist... Das ist doch... Vielen Dank.